Wer glaubt, der Mann ist wirklich gut, das Kuh ist hier in dieser Faust, bitte einmal die Finger hoch. Ja, ich danke fürs Vertrauen noch etwas höher, bitte. Wer ist der Meinung, das Kuh ist immer noch hier, bitte einmal die... Na gut, Gegenfrage, dem ist das scheißegal? Gut, das sind die Beißen, dann mach ich was anderes. Nix drin. Lass dich daran meine Fläche zu dir erstellen. Also geht jetzt um folgendes, man kann also... Oh, ich stehe jetzt, was doof ist. Sie streichen einfach drüber, sind Sie dann Schlitter wieder. So, okay. Elke, Sie sind auf andere Kaliber gewöhnt, doch? Eben hat man einen Bündel, 100-Euro-Scheine abgegeben. Hat die jemand verloren? Ja? Hier, das Gummi hab ich noch. So, okay, wir machen jetzt folgendes. Oh Gott, auf, fah! Mach auf, fah! Ich kann mal, ich schau mal. Oh Gott, als Horror kurz stehen, ich kann... Das ist doch herrlich, ne? Wie ist das? Geht das so schnell? Ich kann auch eine Zeitlupe oder für das Presse.